Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr habt alle einen guten Wochenstart gehabt. Momentan traden wir bei ungefähr 46.200 US-Dollar. Wir werden jetzt darüber sprechen, wie wird die Woche aussehen. Was können wir heute vielleicht erwarten? Sehen wir vielleicht diese Woche ein neues All-Time-High? Wer weiß. Ne Spaß, so weit gehen wir auf jeden Fall nicht. Wir schauen einfach mal, was jetzt die Woche bringt. Es hat sich über das Wochenende relativ wenig bewegt. Ihr seht es hier schon mal, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons halten weiterhin hier den Support. Trotzdem bin ich davon noch nicht wirklich überzeugt. Warum, wieso, weshalb, werden wir uns jetzt auf jeden Fall ein Video anschauen. Auf jeden Fall lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten sofort los. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 46.200 US-Dollar. Und das hier im E-Gap müsste eigentlich gefüllt sein bei ungefähr 46.555 US-Dollar. Also müsste zu sein. Ist jetzt erstmal passé, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, wir traden hier momentan um die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Ich habe jetzt hier nochmal so einen kleinen Trendkanal, den ich auch schon im Blick hatte, mal eingezeichnet und den abtrennt. Nachdem wir da jetzt immer mal wieder drunter und wieder drüber waren, habe ich den abtrennt jetzt erstmal rausgemacht. Für mich eher entscheidend ist, dass immer noch die Möglichkeit besteht, hier in diesem Bereich von 43.800 bis 43.000 US-Dollar hier irgendwo nochmal in diesen Bereich runterzufallen. So eine Art Falls-Move am Montag hatten wir jetzt die letzten Wochen ja immer, immer wieder. Dass immer mal so ein Move nach unten oder nach oben kam und es dann Richtung Donnerstag, Freitag eh wieder aufgefüllt wurde. Aber es kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier einfach nochmal runterkommen in diesem Bereich der 2 Monate. Der EMA liegt hier auch, der Monats-Pivot liegt hier plus diese Support-Linie. Das heißt, hier runtergehen und dann nochmal mit einem schönen Bounce neue Höhen erreichen. Also das wäre jetzt so, sage ich mal, die Wunschvorstellung, die ich mir auf jeden Fall vorstellen kann. Ich habe es ja übers Wochenende auch schon immer mal wieder gesagt, die Möglichkeit, dass wir in dem Bereich von 43.000 US-Dollar nochmal sehen, halte ich auf jeden Fall für sehr wahrscheinlich, beziehungsweise ist auf jeden Fall noch drin. Es ist noch nicht abgeschrieben, auch wenn wir jetzt hier übers Wochenende relativ viel konsolidiert sind, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt nicht abschreiben, dass wir nicht doch nochmal in diesem Bereich hier runtergehen. Wie gesagt, Monats-Pivot, 200er EMA, plus hier unten ist nochmal so eine kleinere Demandzone, plus dieser Pump hier möchte vielleicht auch noch aufgefüllt werden. Also ihr seht schon, da ist eine Menge, Menge Konfluenz. Also die 43.000 werden auf jeden Fall nicht bearish, wäre weiterhin bullish, sage ich mal, einfach um nochmal ein Retracement zu kriegen, nach unten hin, die Indikatoren nochmal ein bisschen abzukühlen, vor allem in RSI auf dem Daily sind wir mittlerweile bei 60, also auch ein bisschen wieder abgekühlt. Sieht eigentlich ganz gut aus, aber trotzdem so in Richtung Montag, kleiner Move nach unten, möglicherweise dann hier den Bounce hin oder so eine kleine V-Shape-Recovery zu sehen und dann der Bounce nach oben und dann können wir uns relativ sicher sein, dass wir wahrscheinlich die 52.000 US-Dollar sehen und dann müssen wir einfach weiterschauen, wirklich Step-by-Step, 43k, dann die 52k im Laufe der Woche ist auf jeden Fall möglich. Wir haben die Bitcoin-Konferenz diese Woche in Miami, Miami ist es glaube ich, 6. bis 9. April. Also ihr seht, da könnte eine Menge auf uns zukommen die Woche, so ein kleiner Move am Montag nochmal runter und dann vielleicht mit bullischen News, auch wenn News-Events immer mit Vorsicht zu genießen sind beziehungsweise man nicht zu viel reingewichten sollte, könnte sich da einiges tun und wir könnten wirklich diese Woche mal wirklich in Richtung Bullrun 2.0 in Anführungszeichen starten. Gut, mehr gibt es bei Bitcoin nicht zu sagen, also wie gesagt, diesen Trendkanal vielleicht beim Auge behalten, 43k Volumen deutlich abnehmt, also es wird sich auf jeden Fall heute wahrscheinlich noch irgendwas bewegen, sobald wir hier vielleicht auch nochmal einen Move nach unten hinkriegen. Gut, schauen wir uns Ethereum an, Ethereum hält sich wirklich stabil, also hier im Gegensatz zu Bitcoin halten wir uns hier relativ gut am 0,5er, wir hatten auch nochmal so einen Peak in Richtung 3.580 US-Dollar, aber nur so einen kleinen Peak, das hatten wir bei Bitcoin auch gerade. Ja, also Ethereum ist momentan einfach stärker oder hat wieder so diese Phase, wo ich sage, performt momentan Bitcoin ein bisschen aus, aber weiß ich auch, ob bei Bitcoin relativ wenig tut. Wir sind da einfach in der Konsolidierungsphase, währenddessen hat Ethereum halt seine Chance genutzt und ist einfach nach oben gepusht ein bisschen. Aber wie gesagt, wir können jetzt relativ schnell die Kurse von 3.800 US-Dollar sehen, das kann relativ flott gehen. Sollte Bitcoin jetzt noch ein bisschen weiter konsolidieren, ist es auf jeden Fall drin, dass Ethereum hier in kürzester Zeit, sag ich mal, die 3.800 US-Dollar in Angriff nimmt. Monats-Pivot R1 ist hier noch zwar noch im Weg, bei 3.700 US-Dollar sollte uns jetzt aber nicht unbedingt daran hindern, dass wir nicht relativ flott die 3.800 US-Dollar da noch sehen. Ihr seht es hier drüben, dieses Void möchte gefüllt werden. Danach fängt die nächste Supply-Zone hier auch in dieser Widerstandszone an. Also ich sage mal, wer da Profite nehmen will, 3.790 US-Dollar bietet sich da auf jeden Fall an. Ansonsten tut sich auch hier relativ wenig. Konsolidierung übers Wochenende, vier Stunden E-Mail-Ribbons. Guter Indikator einfach, dass wir uns weiterhin in einem Abtrend befinden und wir weiterhin hier ehrlich gesagt bullisch gestimmt sind. Sonst, wenigstens zu sagen, RSI ist relativ weit hoch. Also auch hier würde früher oder später eine kleine Abkühlung auch mal ganz gut tun. Würde dann zu der Theorie passen, okay, bei Bitcoin ungefähr die 43k, das würde dann bei Ethereum wahrscheinlich hier den Bereich um 3.070 US-Dollar nochmal bedeuten. Wäre natürlich nicht verkehrt, diesen Pump nochmal aufzufüllen. Dann hätten wir hier einerseits die Bearish Divergence aufgelöst, dann hätten wir so ein kleines Doppeltop hier noch gebildet. Plus dieser Monats-Pivot würde auch nochmal als Support angetestet werden. Hier liegt der 200er EMA und der 200er SMA ist auch nicht mehr weit entfernt. Also kommt auch eine Menge Konfluenz zusammen. Schauen wir uns Cardano an. Cardano Breakout aus unserem Symmetrical Triangle, wo wir gestern besprochen haben, wo ich aber gesagt habe, jo, ist jetzt nicht gerade das geilste Symmetrical Triangle. Aber die 4 Stunden EMA Rhythms halten, Volumen, absolut Mangelware für dieses Breakout, das wo wir momentan sehen. Also da ist momentan für mich noch nicht der Zeitpunkt, wo ich jetzt sage, okay, hier würde ich jetzt wieder einsteigen oder einen Trade aufmachen, dann eher den Retest abwarten, vielleicht dann nochmal die 4 Stunden EMA Rhythms antesten. Außerdem gehe ich ungern in Trades, wenn ich bei Bitcoin sage, wir gehen in Richtung 43k, würde es ein bisschen unglaubwürdig gehen und ich gehe dann aber in irgendwelche Altcoin-Trades rein. Deswegen, da halte ich mich momentan mal ein bisschen raus, sieht ganz gut aus, sage ich mal, bis auf das Volumen, was absolut karastrophal ist. Also kann auch gut sein, dass hier einfach noch ein paar Leute wrecked werden, aber gut, muss man aufpassen, nicht jetzt überstürzt hier in irgendwelche Long-Trades reinrennen, auf jeden Fall. Polkadot hat sein Ziel hier oben erstmal erreicht, sage ich mal, diese 23,86 beziehungsweise 24 US-Dollar. Ansonsten, hier bin ich langfristig einfach bullisch gestimmt, nochmal ein Retest hier in die Rhythms vielleicht rein, bei ungefähr 22 US-Dollar ist eine Möglichkeit oder worst case 20,62 Dollar, einfach um den Abtrend nochmal retesten. Sorry, es ist Montagfrüh morgens. Noch ein bisschen Sprachfehler. Ja, da tut sich auch relativ wenig, schauen wir uns noch ganz kurz Luna an. Luna konsolidiert hier, nachdem wir hier retraced wurden, am Monats-Pivot R1. Seitdem wenig Bewegung, aber auch hier, wie gesagt, eher so Long-Einstiege suchen. Sollten wir bei Bitcoin wirklich nochmal in die 43K-Region sehen, wäre auch hier nochmal ein Retest möglich oder hier in diesem Bereich von 101 US-Dollar. Aber trotzdem behalte ich hier die 4 Stunden E-Mail-Ribbons im Auge. Man hat es jetzt schon des Öfteren gesehen, dass wir hier einfach die letzten Ribbons hier unten zum Beispiel angetestet haben, heißt Retracement hier runter zum Beispiel in den Bereich von 104 US-Dollar und dann sofort der nächste Bounce. Also Luna ist einfach weiterhin in einem Abtrend. Shorten sowieso nicht. Long-Einstiege vielleicht hier in den E-Mail-Ribbons orientieren oder hier diesen Pivot beziehungsweise diese ehemalige Neckline im Auge behalten. Gut, was haben wir noch? Können wir uns nochmal Schieber und sowas angucken. Tut sich auch relativ wenig, auch wenn wir hier so auch eine Art Symmetrical Triangle haben, je nachdem, wie wir es hier anlegen. Gefällt mir aber auch nicht gut, weil wir dann schon wieder hier zwei Fake-Outs nach oben hin hätten. Also so wirklich schön ist das hier nicht, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn wir jetzt die Punkte da unten anlegen. Weiß nicht, bin kein Fan davon, von diesem Symmetrical Triangle, ganz ehrlich. Wer es trainen will, kann es gerne machen, auch weil wir hier oben dieses Fake-Out hatten. Wir können es natürlich noch ein bisschen weiter nach außen ziehen, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Also danach haben wir auf jeden Fall noch Luft. Können wir mal so einzeichnen, mal im Auge behalten, in den nächsten Tagen. Pi wird im Auge behalten, Ribbons momentan als Support bestätigt, Volumen deutlich abfallend, aber wie gesagt, einfach vorsichtig momentan sein. Ich gehe bei Bitcoin wirklich von diesen 43k nochmal aus. Im Laufe des Tages, vielleicht heute, vielleicht morgen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ansonsten 6. bis 9. auf jeden April im Auge behalten, diese Bitcoin-Konferenz. Also es könnte eine interessante Woche werden. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare unten schreiben, was ihr denkt. Wird die Woche bullish? Wird sie bearish? Nachdem ich gestern vergessen habe, die Umfrage in der Telegram-Gruppe zu machen. Wird mich gerne mal eure Meinung interessieren. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Start in die Woche. Lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen früh oder morgen Nachmittag wieder, je nachdem. Schauen wir dann mal. Ja, wünsche euch einen schönen Tag, entspannten, erfolgreichen Tag. Wenn es irgendwas gibt, Telegram-Gruppe. Ansonsten, wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.